Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute, meine lieben Freunde, gibt es die Viewing Party vom Elite Cup. Zweiter Tag, heute gibt es hier für euch den Vortag vor FNCS. Viele müssen sich natürlich noch qualifizieren und FNCS dieses Wochenende wird geistesgestört. Solo Cup wird geistesgestört und Elite Cup, wisst ihr ja selbst, es geht um 20.000 Dollar für den ersten Platz. Oder, Chad? 20.000 war das, ne? Es geht um 10.000 Dollar. Das Finale ist natürlich diesen Sonntag. Meine lieben Freunde, ich hoffe, die ganzen Highlights werden euch gefallen. Wenn ja, abonniert gerne hier auf YouTube, abonniert gerne auf Twitch und dann würde ich sagen, viel Spaß, abfahrt. Alle, die gerade schreiben, wann war die Al? Ich packe euch gleich in den Subchat, ihr kleinen Muggel. Schön, nice. Schön, schön. Wichtig. Flixi und Cheat in Chat. Geistgestört. Wir müssen hier lang, hier lang. Schöne Rotation. Schöne Rotation, Harry. Komm hoch, komm hoch. Komm mal in der Box. 200. Ist das respektlos? Ist das respektlos? Ist das respektlos, Chad? Ist das respektlos? Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh mein Gott. Flixi. Du kannst mir wieder fein gucken, oder? Ich habe eigentlich der Mettloch. Ja, wir haben nichts. Ja, rot noch. Okay, lass die Welt fein gehen im Vergleich, okay? Okay, D, ich gewinne die Runde, Chad. Hä? Oh mein Gott, D, ich bin da. Uff. Oh, oh. Oh, oh. Ich fliefe dich, ich fliefe dich. Okay. Ich gehe nicht. Aber gut, gestrickt. 150. Ich bin nicht, ich bin nicht. Komm hoch, komm hoch. 100. 100. 100. 100. Oh mein Gott. Cheaten. Flixi. Ihr seid die Besten. Stark. Okay. Dieses Jahr ist Flixi's. Ja, ja, ich glaube schon. Okay, was passiert hier? Dead. Nice. Ich glaube, die winnen es auch nicht. Oh mein Gott, sie gewinnt es auch. Schöner Kill. Oh nee, Steffi, sag mir sowas bitte nicht. Das hätte kein Deutscher schaffen können. Keine High, keine High, keine High, hat er gerade gesagt. Chat auf Spanisch. Ich kann Spanisch. By the way. Schöner 35er. Schöner 30er. Schöner 30er. Und da knallt an die 30er raus. Ich komme nach Buchsehude und suche dich. In-Game. Top 14, Chat. Top 14. Bisschen runter. Die müssen ein bisschen runter. Ja, genau. Oh, die sind so gut. Guck mal. Digga, die verstehen direkt, was ich meine. Ist ein Solo, ist ein Solo. Und das war's. Und jetzt rein da. Einfach nur Spray, Jungs. Einfach nur Spray. Einfach nur Spray, Jungs. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Wir haben's gecallt. 105 Punkte, Digga. Wir gehen in-Game das erste Mal rein. Vardial tot. Noah alleine. Ersten Tag hatten sie, äh... Ersten Tag hatten sie, ich glaub, 330 Punkte oder so meinte der Chat. Zweiten Tag brauchen sie wieder 330 Punkte. Die sind bei 110 gerade. Oh, weiß ich nicht, was... Äh, Noah. Sehr gut, Noah. Sehr gut, Noah. Immer noch sechs Flashes. Immer noch sechs Flashes. Bob! Atlantic Chefin. Keine Chance, der Chefin. War die halt so doll in der Viewing Party gerade, Chat. Er macht einfach den Rasenmäher im Call, glaub ich. 100... Ne, 92 HP, Chat, jetzt hier für Noah. 92 HP für Noah. Oh, da lag so viel Loot. Ähm. Aber egal, hier nimmt er sich noch ein bisschen Brick mit. Ist nicht deine Wand rechts. Ist nicht deine Wand. Ist nicht deine Wand. Okay. Immer noch 150 Mats. 82 HP. Er geht hoch. Das ist dumm. Schöner Hit. Schöner Hit, Chat. Nein. Untot. Schade. Top 13. Der Mate ist gut. Der Pixiachofen 2. Macht er mal gut. Ja, macht er sehr gut. In Minecraft auch schlimm. Okay. Oh. Das ist der Kill. Schöner Kill. Schöner Kill. Warte mal. Das ist 1v2? Nevermind 1v1? Nevermind. Ich sag nichts, Digga. Pixiachofen. 1 und 2. 7 Killwin. Wie viele Punkte brauchen Leute? 330 oder so? Ja, 330 ungefähr. Die haben die Hälfte. Und Hälfte der Zeit ist rum. Was mit Noah? In der Zone. Badial. Mit meiner Kanne haben wir. Naja, es ist doch scheiße. Schöne Splashies. Schöne Sache, Harry. Wenig Mats, Chat. 600 Mats insgesamt für die beiden Jungs. Minis müssen gepoppt werden. Minis werden gepoppt. Gib mir noch einen Biggie. Gib mir einen Biggie zum Mitnehmen. Da ist er. Stark, Jungs. Narko. Bap. Oh nein. What? Gut. Und das ist Dan. Digga, war die also ein Krieger. Guck mal, wie er seinen Löwe, seinen Bär festgehalten hat. Ist das geil. Oh, die haben Hammer. Das ist gut. Die haben sogar Dosshammer aus. Man nennt sie sogar Dosshammer aus. Die haben so viele Mets. Man nennt ja auch die Winner. Machen das. Warte mal, das ist Hand of Hight. Oder? Wer ist denn das? Ich glaube, das ist Vardial of Hight. Warte mal, wer ist ein Guild Miser? Wer ist das? Die können die Runde gewinnen. Ja, ne, die werden die gewinnen. Was laberst du? Was für... Die können die Runde gewinnen. Schöner Kill, mein Sohn. Sieben Kills, Chat. Ich bin sehr stolz. Pro Kill, by the way, vier Punkte. Voljak's dead. Tuvi tu. Tuvi tu, Chat. Warte mal. Ich will kurz gucken, was haben die unten. Die haben nix. Hihi. Nein. What? Ey, warte. Ich bin sauer. Oh, nein. Und Reason ist gefinished worden, Digga. Warum fliegt der eigentlich die ganze Zeit? No, er mag das. Chat, Jan, das ist immer noch Big Chilling. Digga, Jan ist Top 11, Chat. Jan ist Top 11. Ich weiß nicht, ob er hätte alle Splashes usen müssen. Ich hätte vielleicht... Oh. Ich hätte vielleicht eher den Biggy geused. Aber er poppt ihn jetzt, Chat. Top 9. Sehr, sehr viele Solos. Digga, und dieser Fliege-Bug ist ja geistesgesteuert. Und jetzt den Biggy. Nice. Nice. Vitality-Bugner. Oh, da kann man nicht bauen. Oh, mein Gott. Mein Graz. Er hat immer noch 500 Metz, ne? 500 Metz sind so big. Ja, es sind gerade mal zwei Teams. Der kann so Klatsch gehen. Digga, Jan ist es so ein Fleek. Nein. Oh, nein, Jan ist... Oh. What? Warte mal. Was ist los? Top 4? Das ist alles Solos. Wer ist da noch? Cyrus, Krusty, AD. Der eine ist einfach im Tunnel unten drin. Der kracht komplett bei dem. Oh, mein Gott. Komm schon, Janis. Er hat einfach nur Greenlife. Komm schon, Janis. Ja, stimmt. Hä? Er macht den Double-Riss. Und tot. Oh, mein Gott. Was passiert hier? Nein, Janis! Tone. Egal, Chat. Aber gute Punkte mitgenommen. Top 3 mitgenommen ist geistesgesteuert. Top 3 mitgenommen ist geistesgesteuert. Oh, mein Gott. Digga, was machen die denn in dieser Lobby? Die hauen hier ganz entspannte 14 Kills raus. Und es ist der Kill. Digga, Kylie ist ja komplett cracked. Hä? Oh, Mann. Hm. Epic Gamer Moment, Digga. Es ist der Epic Gamer Moment, Chat. Es ist der Epic Gamer Moment. Ja. Und guckt euch grad... Digga. Digga, Julian. Er ist der Echte. Eine Legende ist im Chat gespawned, Chat. Oh, warte mal. Vico ist dead. Zeig's mir. Zeig's mir, Kylie. Man nennt ihn auch 17 Kill, Kylie. Kann eigentlich nur over sein. Ist over. Top 4. Digga, die machen 17 Kills und gehen Top 4. Wow. Also, hier ein bisschen ganz müde Sachen in der Lobby. Wow, ich versteh's alles nicht. Ich versteh's alles nicht. Haben die Splashies? Nee. Die haben auch keine Match mehr. Wow. Warte mal. Wow. 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 Was? Digga, das macht Thanos. Ist das letzte Match des Abends, by the way. Danach gibt's die Standings. Top 50 qualifiziert sich nur, by the way. Bap. Tot. Wer ist das? Wink. Oh, das ist... Das ist immer so bodenlos, ne? Sobald die Jungs halt irgendwie komplett Dings sind... Wie heißt das? Qualified sind. Dann W-Keen. W-Keen. Sie. Jeden. 140 Match. Erleben. So viele Solos. Fast nur Solos, ne? Oha? Doch nicht. Biggie Poppy. Biggie Poppy. Biggie Poppy. Biggie wird gepoppit. Digga. Ah! Ich wusste, dass es kracht. Es war so dumm. Er wollte dort in die Box rein, Chat. Hat zu gierig. Das war zu gierig. Hat sich in den Finger gebissen. What? Nice. Entretter ist noch alive. Warte mal, ist Mr. Savages gewollt? Ah, gechoked. Ah! Wird mir stinken, der 43er. Ah, der 43er wird mir auch stinken. Die haben keine Metz. Warte mal. Oh, ich dachte gerade, er macht einen Solo-Clutch, der Typ. Das wird mir auch so stinken gerade. Was macht er da in der Zone? Ah! Hilfe! Wichslos! Und Shykos! Mit dem Win. 366 Punkte, Chat. Nur die Top 50, Chat. Okay. Wir gehen rein. Siehst du das gerade, Magician? Das ist komplett geistkrank. Ist das Rekord? Einmal am Schirm. Ich hatte noch nie gesehen, dass jemand mehr macht. Okay, das ist ziemlich krass. Tasten, Marestach, gecallt. 10.000 gibt es für den ersten Chat. Am Samstag ist das Finale. Wer ist noch dabei? Moneymaker. Flixi und Cheatin. Yannis und Reason. Sehr gut. Scram und Trippern. Gutes Finale bis jetzt. Quisi und Veno. Kylie und Viko. Die kleinen W-Kir. June, Reizen. Han und Ananas. Grippy und Panics. Vypex und Cyrus. Eyedrop und Mr. Savage. Vortex, Beluzi. Vardial und Noah Rayleigh. Meine Söhne sind am Performance-Chat. Top 50 ist dabei, Chat. Ich freue mich auf die Elite-Finals. Die sind nämlich Samstag diesmal. Und FNCS diesmal auf den Sonntag. Nächste Woche sind auch schon die FNCS-Finals. Falls ihr nichts verpassen wollt, gerne hier abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.